Und wenn man jetzt sich dieses Bürgerbefragungsheft durchliest, schon den Einleitungstext und dann natürlich nachher die Statements derer, die für den Ausbau des Rodaufer Hafens sind, dann hat man den Eindruck, sie als Grünen verlassen den Pfad des Umweltschutzes, weil wenn man den Rodaufer Hafen nicht ausbauen würde, dann haben wir nur noch ein Verkehrshaus mit Last an den Köln. Also wenn man in ein solches Naturschutzgebiet einreifen will, wenn man das zerstören will, braucht man sehr, sehr gute Gründe und man muss da preisen, dass es keine Alternativen gibt. Und ich will auch nicht sagen, was in 30 Jahren ist, aber ich kann sagen, was letztes Jahr war und was in den vergangenen Jahren war. Und ich finde eigentlich, jeder Mensch sollte aus jeder der Vergangenheit lernen, der Frunau meint 3,5 Schiffe, dafür braucht man keinen Ausbau des Rodaufer Hafens. Wir brauchen ja auch nur über 8 Minuten schneller und droben, bis wir auf Rote Kirchen fähren. Ich kann sagen, dass wir alle in der Jahre haben. Ich bin etwas skeptisch, was Prognosen angeht. Alle Prognosen, ob es den Strom oder die Wassermeldung oder den Verbrauch angelangt hat, haben sich immer als zu hochgekürzt und dargestellt. Also wir dürfen durchaus unterstellen, vor allen Dingen bei dem demografischen Wandel, also tendenziell sind in der Bevölkerungssaal, wie es in China, dass der Güterverkehr nicht in diesem Maße zunehmend diaktiert. Und jetzt habe ich noch mal was. Wer glaubt, die Kölner Autobahn wird zu entlasten durch ein Maßenbecken in Bodau, der vergisst ja, dass die meisten LKWs gar nicht nach Köln rollen. Sondern der größte Anteil, ob sie zwei Drittel oder vier Fünfer sind, das kann ich nicht sagen, weil die Zahlen auch nicht hier, ist Transitverkehr. Und es gibt ein Land in der Welt, das es viel besser macht, nämlich die kleine Schweiz. Die kleine Schweiz sagt, jeder Cent maut fließt in den Schienenverkehr. Und der Schienenverkehr kann Transitaufnahmen wesentlich besser verteilen als Schiffsverkehr. Es ist zuverlässiger, es ist nicht abhängig von Hochwasser. Und, das wir ja in letzter Zeit erleben, immer mehr von Niedrigwasser. Und wir sind besser bedient, das, was der Prunau gerade auch sagte, immer mit dem Landverkehrsterminal in Nord auszubauen. Übrigens ohne, dass da wesentlich die Haftflächen erweitert werden, sondern nur effizienter Nutzung. Vielen Dank, Frau Mordus. Als Schreib von der FDP wieder so eine Überraschung. Die FDP ist auch eigentlich eine Partei, die die Interessen der Wirtschaft vertritt. Das jedenfalls ist immer das, was man so langläufig denkt. Und die Wirtschaftsvertreter in Köln immerhin haben sich ja eindeutig für den Ausbau des Rudolfer Hafens ausgefunden. Das ist ja jetzt mit Ihnen so. Die FDP in Köln ist eine Partei, die immer für nachhaltige und wirtschaftliche Lösungen einfliegt. Und deshalb sind wir ja 20 Jahre gegen den Ausbau des Rudolfer Hafens. Vielen Dank. Wir haben eben schon einundlich gehört, dass der Ausbau in Rudolf deutlich teurer ist, als die Flächen, die Ihnen hier zur Verfügung stehen, zu nutzen. Wir schaufeln hier ein Millionen Grad in Rudolf, wenn es realisieren würde, dass das Geld, was wir Kölnerinnen und Kölner für den Ausbau von Schulen und Kindertagesstätten bringen, und wir haben die Ersatzfläche, die möglich sind, auch um Containerverkehr nutzbar in Köln zu machen. Wir setzen auf ein regionales Logistikkonzept. Die ganzen Wirtschaftsvertreter setzen auch immer auf große regionale Rekoponregionkonzepte von RON bis Düsseldorf. Wir wollen das auch für den Hafen. Und deshalb sind wir gegen einen Ausbau in Rudolf zum jetzigen Zeitpunkt. Und wir sind für eine Nutzung genial, die ist für alle Kölner und Kölner, der beste Weg, der günstiger Weg, und ein investierter Weg zu kommen. Vielen Dank. Herr Detschen, es wird ja vor allen Dingen von den Gewerkschaften und von der SPD stark behauptet, der Ausbau des Rudolfer Hafens rettet Arbeitsplätze. Sind die Linken plötzlich gegen Arbeitsplätze? Nein, es sind viele Arbeitsplätze, deswegen machen wir jetzt auch mit bei dem Bündnis. In Rudolf sollen 30 Arbeitsplätze geschaffen werden, und gleichzeitig soll der Deutzer Hafen geschlossen werden. Das sind 300 Arbeitsplätze. Wenn ich das also entsprechend annähere oder betrugiere, kommt es auf minus 270 Arbeitsplätze. Deswegen unterstützen wir dieses Bündnis. Ich möchte noch einen weiteren Besitzpunkt, der mir richtig ist, entwickeln. Diese Bürgerbefrau ist eine Möglichkeit, wo auch Migrantinnen und Migranten mitmachen können. Das ist schon gesagt worden. Aber dieses wäre auch ein bundesweites Modell, die wir erreichen können, dass wir die blockable Politik der CDU, die ja durch die Frage doppelte Staatswirtschaft, wissen alle, als deutscher Bürgerhoch-Prinzip, versucht ja die CDU, die Beteiligung von Migrantinnen und Migranten sozusagen auszulegeln. Wir haben jetzt einen Weg gefunden, der ist zwar formal rechtlich, sozusagen nicht ein Bürgerentscheid, sondern nur eine Befragung, aber wir haben einen Weg gefunden, wie dies jetzt möglich ist. Und deswegen mein Appell, beteiligen sich alle, und deswegen werden wir auch gerade bei Migranten und Migranten sagen, das wäre ein Weg, wie man insgesamt das Problem lösen kann. Vielen Dank, vielen Dank. Sie sind gerade von der Migranten-Partei, ein Vertreter der freien Parteien, der es in den Kommunen ja immer mehr gibt. Warum interessiert Sie dieses Thema Burdorfer Hafen? Ist das schließlich ein, man könnte auch sagen, erst mal ein Thema, das vor allem die Südstadt-Berwohner interessiert? Naja, am 10. Grunde, das müssen wir alle ergänzen, nicht nur in den Hafen. Das ist ein wichtiges Thema, aber es geht ja auch um Bürgerbeteiligung, direkte Demokratie. Und wir als privaten Partei identifizieren das nun nicht nur mit dem Internet, sondern auch mit der Kommunikation. Das ist was ganz Wichtiges. Und dieser Punkt muss gefördert werden. Und ich darf hier stellvertretend auch für die anderen Parteien sprechen. Wir stehen hier eher in der zweiten Reihe. Das ist ja ein Tag, ein Erfolg, wie einfach solche Initiativen die in Syrien durchgesetzt hat. Darum geht es ja in erster Linie. Wir unterstützen das. Darum geht es hier um die Parteien der Vergangenheit in Lumpur. Und das ist der entscheidende Punkt, warum wir als, oder ich als Polit-Neul-Lind, wenn ich das immerhin ein bisschen bin, auf die Strasse, das muss man auf Deutsch, wenn man soll. Aber das ist der Grund, warum wir uns beteiligen. Direkte Demokratie, Bürgerbeteiligung, das nicht nur im Internet, wo wir das schon mal produzieren, sondern auch auf der Kommunalität und darüber hinaus. Deswegen ist unsere Unterstützung da und unsere Weltsgemeinschaft vorhanden. Danke auch. Was sagen Sie denn jetzt nochmal zu dieser ökologischen Frage? Es wird ja wirklich von den Ausbaubefürwortungen gesagt, das ist auch das ökologische Konzept. Das ist es ganz sicher nicht. Der erste Punkt, den man hier sehen muss, ist der, dass Flächenverbrauch ist. Wir haben einfach einen zu hohen Flächenverbrauch in Deutschland, in NRW, ganz besonders jeden Tag, in 15 Hektar verloren. Hier werden, obwohl es alternativen und bessere Lösungen gibt, wieder 20 Hektar geopfert. Das ist nicht richtig, vor allem, wenn es besser alt wird. Jetzt sagt man ja, wir haben schon 27 Hektar Ausgleichs-Naturlandschaft erobert. Also die finden ja in Freiraum statt, diese Ausgleichsmaßnahmen. Die Maßnahme in Borgen hätte schon immer gemacht und angegangen werden müssen und ist unabhängig von dieser Maßnahme zu sehen. Und der Ausgleich in der Württaraue ist unserer Meinung nach ein Witz, weil man hier in Ackerfläche eingegriffen hat und die durch Aufschüttung künstlich ausmagert. Da wird also ein Ersatzbiotop geschaffen, obwohl man nebenan 20 Hektar beste Naturschutzfläche gleichzeitig zerstört. Was ist zu den Emissionsbelastungen zu sagen? Also es ist nachweisbar, dass die Binnenschifffahrt große Nachteile hat, indem die Bilanz in jedem Fall schlechter ist als Bahnverkehr. Und auch wenn man Schiffverkehr stromaufwärts betrachtet, ist es auch schlechter als LKW-Verkehr. Von daher ist zu befürchten, dass die Emissionsbilanz durch die Binnenschifffahrt eher schlechter wird. Und das geht mitten durch die Kölner Unterzone. In der Hinsicht ist das auch eine ganz schlechte Lösung. Vielen Dank. Achso, Herr Klein, ich hatte einen anderen Namen. Von NABU? Ach, Sie sind die von den Bößen in der NABU? Herr Klein von den Freien Weltlern. Wunderbar, Entschuldigung, das ist... Ich glaube, Sie kennen Sie noch nicht. Was ist denn Ihr Grund, sich hier einzusetzen? Dieser Grund ist, dass wir jetzt feiern wollen, dass die Bürger sich beteiligen. Wir sehen ja auch, dass es natürlich nur Kontrolle ist, dass die Zahlen, also einmal nach den Bürgern gefragt werden, die überprüft werden. Gut, wir sind halt eine effektive Verwendung der politischen Geld. Es kann dafür nicht sein, dass die Stadt von so vielen Stellen Geld fehlt für das Minimum, wo also die Vereine drei Euro bezahlen müssen, die Halle nutzen und die Kinder bezahlen müssen, wenn sie die Durante in der Schule benutzen. Das Asylvergelt hat uns noch rausgekommen. Es gibt einige Leute, die meinen, das ist jetzt gar nicht so schön, dass es hier eine Bürgerbefragung gibt. Wie stehen Sie denn dazu? Wir sind gerade für dieses Thema der Bürgerbeteiligung. Das ist vor uns ein paar Hoffnung. Und wir sind hier in den Bürgern, die gesagt haben, wir brauchen jedenfalls einfach drei engagierte Bürger, die sich bei der Politik einmischen. Das Beste ist uns in den Verband. Okay, vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und nein, für unsere, ja, genau, es geht jetzt, ich danke Ihnen nochmal.